Naja, nur so mehr oder weniger Rätsel war, ne? Weiter geht's. Einmal schnell rein hier hin. Ich weiß auch nicht, was er soll. Ich weiß es doch auch nicht. Hey, weißt du, was digitale Trips sind? Das war sie die auf meiner Seite, die hier im PC ist. Ich hab nen Job für dich, aber du wirst fahren müssen. Ich hoffe, du bist dabei. Entschuldigung? Entschuldigung? Hast du ein Problem? Nö. Eigentlich tatsächlich nicht. Sollte ich eins haben? Das ist so die bessere Frage wahrscheinlich, ne? Ach, beschützen ist das. Und ich kann die Musik nicht ausmachen. Wie wäre es, wenn sie ein bisschen Gas geben würde hier? Für diese Mission sind die Fahrzeug-Skills echt gut, die man haben kann. Sollte ich auch nicht gehen. Hier geht's. Sollte ich die Fahrzeuger und die fließende. Ach, du bist klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war's für heute. Natürlich will die Person nach Porni fahren. 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 Das war mit Abstand die traurigste Mission, die ich je gemacht habe. Die Person nach Porni fahren. 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 ich weiß auch nicht was soll ich dazu sagen also ich bin ehrlich das Hauptspiel Watch Dogs würde ich jedem empfehlen das werde ich auch in meinem Endfazit sagen aber ob man ein Bettblatt jetzt braucht ich weiß ja nicht ja das ferngesteuerte Auto ist ganz nett das ist eine ganz nette Ergänzung aber upsie aber mehr auch irgendwie nicht also mehr ist vor allem alle Missionen fühlen sich gleich an egal was man machen muss bist du bereit? immer bereit verzieh dich hier das kann nicht sein hat das Teil denn keine Sicherheit? Schaltung oder so ich hab Glück gehabt nicht nur noch ein paar die können das geht ja da ist noch ein paar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keinen Bock auf so, wenn die Mission so ist, habe ich da keinen Bock drauf. Hätte ich jetzt ein Auto gebraucht. Warum müssen die immer bei so einem komischen Blackout stehen? Ja. Alles sauber, ich gehe da nach. Hier ist nichts zu sehen, ich gehe weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder dreimal? Zu oft auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der letzte Auftrag der Mediz, ne? Dann haben wir das. Dann muss ich aufpassen, wenn weitere von der Miliz da sind, dass wir die nicht machen. Weil, wie gesagt, Miliz haben wir dann fertig. Wenn es mehr davon gibt. Ich werde den Jungs mal einen Besuch abstatten. Ach, schon wieder hier. Also... ... Das war's für heute. Ja, war jetzt, ähm, schwer. Ich suche, ich vermisse die, äh, Schwierigkeiten ein bisschen. Also, das ist echt, da hat man, da hat man an den falschen Ecken gespart, finde ich. Hätten sie lieber 10 Missionen weniger machen sollen.